Was für eine verrückte Karnevalszeit. Keine Feiern, Karnevalssitzungen im Fernsehen ohne Publikum, Lacher werden als Videos oder vom Band eingespielt. Man sieht kaum Verkleidete in den Straßen und so richtig Stimmung, die kommt auch nicht auf. Karneval 2021. An freie Sitzplätze, da haben wir uns in den letzten zwölf Monaten ja schon gewöhnt. Freie Bänke in den Kirchen, keine besetzten Plätze in den Kinos, nicht mehr so volle Busse und Züge, Abstand halten im Supermarkt, kein Fitnessstudio, kein Shoppen in der Stadt oder dem Einkaufszentrum, freie Steh- und Sitzplätze überall. Wir haben uns dran gewöhnt. Gewöhnt haben wir uns ja auch schon fast daran, dass Restaurants, Eisdielen und Cafés geschlossen sind. Wäre da nicht jetzt der Valentinstag. Da werde ich dann doch wieder wehmütig. Denn es ist ja Valentinstag an diesem Wochenende. Die letzten 21 Jahre war ich an jedem dieser Valentinstage mit meiner Frau im Restaurant. In diesem Jahr? Nicht. Dann halt zu Hause. Wir bestellen und holen ab und machen es uns mit der Familie zu Hause gemütlich. Den heiligen Valentin, den wird sicherlich freuen. Und dann beginnt am Mittwoch ja auch noch Aschermittwoch. Die österliche Bußzeit. Einfach so. Als wäre nicht das ganze letzte Jahr schon so etwas wie eine Bußzeit gewesen. Eine Zeit der Besinnung. Eine Zeit des Runterfahrens. Ein Jahr. Ein verdammt langes Jahr. Wir mussten uns mit anderen Dingen beschäftigen. Wir überlegten nicht, welche Bluse oder welche Schuhe das Must-Have sind. Wir wagten auch nicht, das neue iPhone oder lieber einen neuen Bildschirm zu kaufen. Wir haben darüber sinniert, wie wir nicht krank werden, wie wir die soziale Distanz aushalten, wie das Lernen zu Hause am PC funktionieren kann. Wir überlegten, was uns wichtig ist und war im Leben. Und jetzt kommt die Fastenzeit und die verlangt von uns Christen ja auch noch ab, auf etwas zu verzichten. Zusätzlich offensichtlich. Viele werden nun sagen, ich lasse die Schokolade beiseite, denn das fehlende Fitnessstudio hat die Fettpölsterchen wieder anschwellen lassen. Tolle Idee. Ich mache da mal mit. Aber geben wir es zu. Wir reden jetzt hier von sechs Wochen. Wir reden von 40 Tagen bis Ostern. Das Problem ist doch, dass wir bei der Pandemie gar nicht wissen, wie lange es noch dauert. Erst jetzt haben wir einen erneut verlängerten Lockdown bis zum 7. März auferlegt bekommen. Und keiner kann sagen, dass es danach dann wieder losgeht. Und das kann entmutigen. Es hinterlässt Spuren bei jedem von uns. Und da, bin ich sicher, kann der Glaube Halt geben. Die Fastenzeit auch. Ich habe mir jetzt für die Fastenzeit vorgenommen, mir darüber Gedanken zu machen, wie es nach Corona weitergeht. Wie wir in Zukunft miteinander zusammenhalten, wie wir reden werden, sind wir wieder weiterhin rücksichtsvoll. Also, lassen wir die Fastenzeit nicht ausfallen, haben wir das nächste Ziel vor Augen. Das ist Ostern. Die Auferstehung, die Erlösung durch Christus. Und das soll ja heißen, dass am Ende alles gut wird. Irgendwann. Und genau darauf sollten wir uns freuen. Und deswegen Helau und Alaaf.